Aureol ist eine französische Gemeinde mit 11.325 Einwohnern im Departement Bouches-Durone in der Region Provence-Alpes-Côte d'Azur. Geografie Die Gemeinde liegt rund 25 Kilometer nordöstlich von Marseille und rund 12 Kilometer nördlich von Aubarnier. Der Ort wird von der Huvon durchflossen. Nachbargemeinden von Aureol sind Labouilladisse im Norden, Tretz im Nordosten, Saint-Sacharie im Osten, Plan-Daubs-Saint-Baume im Südosten, Geminus im Süden, Rockwehr im Südwesten und Ladestros im Nordwesten. Geschichte Der Fluss Huvon lieferte die Grundlage für die Landwirtschaft auf dem Gebiet des heutigen Aureol. Bereits in der Antike entstand hier eine blühende Stadt. Der Schatz von Aureol aus dem Jahr 480 v. Chr. erzählt von dieser Zeit. Später war der Ort Altersresidenz römischer Veteranen. Der Ort wurde 814 unter dem Namen Lepolodium erstmals urkundlich erwähnt. 1576 bis 1584 zog über die Stadt eine Pestwelle her. 1697 tauchte erstmals das Wappen der Stadt auf. Um 1700 hatte sie schon 5000 Einwohner. Dann kam eine erneute Pestwelle, die Bevölkerungszahl sank. Als sie im 19. Jahrhundert wieder anstieg, wurde das Wachstum durch die Gründung der Gemeinde La Bouillardisse zurückgesetzt. Kultur und Sehenswürdigkeiten Glockenturm aus dem 17. und 18. Jahrhundert Turmour Kapelle St. Croix Wirtschaft und Infrastruktur Bei Aureol gibt es ein Autobahndreieck, wo die A520 auf die A52 trifft. Die E520 endet hier nach nur drei Kilometern. Sie beginnt nahe dem Ortskern von Aureol. Somit hat der Ort eine schnelle Verkehrsanbindung nach Marseille. Bevölkerungsentwicklung Heute gehen wir von der A420-Jahre INGEL. Dann gehen wir von der A420-Jahre INGEL. Dann gehen wir von der A420-Jahre in platteben. Dann gehen wir von der A420-Jahre in die A420-Jahre. Wachstum. Dann gehen wir von der A420-Jahre in die A430-Jahre. Vielen Dank.